Morgen meine lieben Freunde, heute als erstes gönne ich mir einfach mal ein Cappuccino statt meinen Kreatin, Apfel, Saft und Wasser, das werden wir auch gleich noch kommen, aber jetzt habe ich erstmal Bock, schön auf ein Cappuccino mit dem Flavor Bomb, das kann ich euch ultra empfehlen, Strong Caramel, schmeckt richtig, richtig gut, besser als Zucker und hast du nicht gesehen, wirklich top mit wenig Kamin. Ja, ach so, und noch so, ja, mein Zimmer. Es ist wieder soweit, er ist ja auch schön am chillen, paar Vögel hier genießen, wirst du los, Kamera an, du bist aktiviert oder was? Und ich werde jetzt schön grillen und morgen grille ich wieder Pizza, Leute, ich habe Bock, morgen EM-Finale, wieder 10% für jedes Tor, es wird geil, Leute, ich freue mich richtig, passt auf. Jetzt aber erstmal dezentes Grillen, keine Pizza oder so, bisschen auf Standard so, zack, kriegt jeder eine Call-Mini-Hand hier, bisschen Bärnerwürste mit Käse in drin und dann ist die Familie doch zufrieden. Und sie hat sich ein Fächer gebaut, zeig mal, zeig mal den Zuschauern, wie du das gebaut hast, ganz simpel, ne? Ja, das geht ganz einfach so machen. Sehr gut, mein Schatzi. Ja, Leute, das ist jetzt so mein Samstag und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Für euch gibt es heute natürlich auf dem Vlog-Kanal ein neues Video, hat was mit Computer zu tun, PC, da gibt es einen Typ, der kann aus allen Dingen einen Computer bauen. Du hast eine Vorstellung, er baut dir einen Computer. Geil sind, ach, Leute, zweit mal ab, richtig gutes Video. Die Einzelheiten, hier, Mat, Cabo und die Stitches, Logo. Einfach mal so ein Turnier machen, oder? Wir befinden uns jetzt hier in der Logistik bei Case King. Guck mal hier, oh, Grafikkarten ohne Ende hier. Also hier sind die coolen Sachen. Hier sind die ganz coolen Sachen, das ist auch so dein Zeug hier, ne? Mitarbeit, zeig mir, das ist dein Ohl, pass auf. Eieiei, PS. Also R ist 5R, aber auf Sonderbasis so ein bisschen, also. Da krieg ich ja richtig wieder Bock auf Stream, ne? Also irgendwann kommt noch der Tag, da hol ich mir richtig so ein schöner 512er TR, der alles baut. Das Ding hab ich mal hier auf der Gamescom gesehen, glaube ich. Ca. 24 verschiedene Plattformen. Alles, was du damals gab, ne? Kannst du jetzt einfach mal spontan so Street Fighter? Natürlich, reinfahren. Okay, ja. Krass, guck dich das mal an, Leute. Naja. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.